Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die ist mir total, die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen, aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erst mal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahr. Ich kann's nicht. Ich kann mir den Job nicht machen, okay? Das fährt hier nach neun Jahren aus. Hey Coco, it's my baby. I am a business owner. I run a restaurant in Avastor called Mitch and Elfix. I've had it for five years. I'm also the president of the Avastor Downtown Business Association. Look, look. You're my heart, you're my soul. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und rot-weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ach, die lutscht es lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt... Sag gerade der Rie... Sag gerade der Rie...